Sag mal, was ist mit dir, Karl? Wieso? Weil ich dich noch nie lächeln gesehen hab, mein Freund. Andere Menschen sind dir völlig egal. Du selbst bist dir egal. Ich mach mir Sorgen um dich. Ja, weißt du, was mir Sorgen macht, diese Unterhaltung. Oh Mann. Kannst du dich dann über gar nichts mehr freuen? Meine Frau hat einen anderen. Mein Partner ist tot und mein bester Freund gelähmt. Einiges hab ich auch schon gesehen, Karl. Du kannst dir nicht vorstellen, was das alles war. Aber wie du bin ich nicht. Ich glaube an die Menschen. Ich glaube an das Gute im Menschen. Und deswegen lächle ich immer noch. Ich hab leider nicht zu lachen. Warum machst du das denn hier? Weil ich nichts anderes kann. Die Frauen sortieren wir aus. Ich hab auf ihrer Homepage gesehen, dass sie dort Bilder vom Kongress hochgeladen haben. Also nur Ihre Mitarbeiter sind auf den Bildern. Gut. Könnten Sie Ihre Mitarbeiter fragen, ob sie noch andere Bilder haben? Konzentrier dich auf die Fotos, auf denen Merede mit Männern spricht. Was mal auf der Karte chemotherapy. Was ist bei einer Karte? Nein. Was ist bei einer Karte? Was ist bei einer Karte? Was ist bei einer Karte? Läuft es mit Offen? Gut. Wer erkennt meine Stimme wieder? Hallo? Hallo, Marita. Wo bin ich? In einer Todkammer. Du kommst nie wieder hier raus. Du weißt, dass du noch eine Reha machen könntest. Nein, das will ich nicht. Ich möchte wieder arbeiten. So wie es dir jetzt geht, wäre es unverantwortlich, dir einen Mordfall zu geben. Ich hab was anderes. Das Justizministerium hat Geld für ein neues Dezernat locker gemacht. Das Sonderdezernat-Kuh. Unaufgeklärte Fälle der letzten Jahre sollen nochmal durchgesehen werden. Du beschwerst dich doch immer, wie die anderen arbeiten. Das müsste dir doch Spaß machen. Du bekommst einen Assistenten. Hallo, Asad. Sag mir Bescheid, wenn du weißt, mit welchem Fall du anfangen willst. Marita Lyngord, erinnerst du dich? Jung, hübsch, weg. Sie hat Selbstmord begangen, ist von der Fähre gesprungen. Würdest du deinen schwerbehinderten Bruder mitnehmen, wenn du vorhättest, über Bord zu springen? Ich hab nicht solch einen Bruder. Nein. Was willst du überhaupt mit dem Fall? Es war Selbstmord. Wenn mich einer umbringt, dann versprich mir, dass du meinen Fall nicht übernimmst. Marita hatte bei einem Kongress in Schweden eine Affäre. Wir müssen rausfinden, wer da teilgenommen hat. Schließ dir, Marita Lyngord, fall ab und schreib einen Bericht. Marita, möchtest du sehen, wer ich bin? Hast du rausgefunden, warum du hier bist? Marita, möchtest du vielleicht? Ach soücklich? Vielen Dank.